Die meisten von uns sind damit aufgewachsen, dass sie an ihren eigenen Gefühlen zweifeln und an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln. Und es ist ja allgemein bekannt, dass Kinder, ganz, ganz kleine Kinder, eine sehr gute Intuition haben und dass sie oft von ihren Eltern leider verleugnet werden. Und mit diesem Video möchte ich dir sagen, hör auf an dir zu zweifeln. Hör auf an deiner Wahrnehmung zu zweifeln. Welche Gedanken wollen von dir wahrgenommen werden? Was drückst du weg? Wo hast du Angst hinzuschauen? Weil es vielleicht einen Rattenschwanz an Konsequenzen für dich hätte? Schau hin in deinem Leben. Erlaube dir, deiner Wahrnehmung zu trauen. Erlaube dir, deinem Gefühl und deiner Intuition zu trauen. Und wenn du in einer Sackkasse bist, in einer Situation, wo du denkst, boah, sag mal, ich kann meiner Wahrnehmung jetzt gar nicht, ich kann nicht hinschauen. Das wird für mich nur noch mehr Probleme geben. Ich habe viel zu lange meine Augen verschlossen. Dann ist das ja in Ordnung. Vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. Da ist etwas Größeres, das dich hier erschaffen hat, das dich hierher gebracht hat. Da ist etwas, das durch deinen Körper fließt, eine Seele, die viel größer ist als dieser Körper, viel stärker ist als dieser Körper. Wenn du also mit Ängsten rumläufst oder wenn du wirklich an dir zweifelst, an deinem Selbstwert zweifelst, an deiner Art, die Welt zu sehen zweifelst, daran zweifelst, dass du es wert bist, ein wunderschönes Leben zu haben, vertraue darauf, dass die göttliche Liebe dich so sehr liebt und das Beste für dich möchte. Und immer hinter dir steht, egal was du in deinem Kopf an Gedanken hast, was du für Gefühle in deinem Körper hast. Probiere es aus, wenn du möchtest mit Beten. Beten kann helfen, deine Situation zu verändern. Diejenigen, die mir jetzt auf diesem Kanal folgen, wissen ja, dass Gefühle und Gedanken mitunter unsere Realität erschaffen. Die meisten von uns wissen das, nutzen es aber nicht im Alltag. Wir vergessen das immer wieder. Ich gehöre auch dazu. Man vergisst es einfach und fällt wieder mal in Zweifeln, man fällt wieder mal in Sorgen. Wenn wir aber ins Gebet gehen, haben wir wieder Kraft in uns. Da ist etwas in uns, das dann sagt, okay, alleine weiß ich nicht, wie ich weiterkommen kann. Alleine weiß ich nicht, wie ich mich wieder wertvoller fühlen kann, wie ich mich wertschätzen kann, wie ich mehr meiner Wahrnehmung trauen kann, wie ich aufhören kann, an mir zu zweifeln. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Aber im Gebet, in dem Vertrauen darauf, dass etwas Größeres da ist, das mir den Weg zeigen wird und für mich da sein wird und mich begleiten wird und mich an die Hand nehmen wird, kommt wieder Stärke in dir auf. Mut, dass du weitergehst, dass du weitermachst und dass etwas Besseres da draußen auf dich wartet, als das, was du jetzt gerade durchmachst. Das bedeutet nicht, dass es einfacher wird und dass auf einmal alles super schön wird. Es kann sofort sich alles verändern, aber es muss nicht. Es ist eine Arbeit mit den Naturgesetzen, dieses Verstehen, dass alles, was ich da in mir unterdrücke und ich hinschaue, dass das die ganze Zeit die Realität manifestiert, die ich gerade vielleicht nicht haben möchte. Also wie kann ich daran arbeiten, das zu verändern? Was mir sehr viel hilft, ist das Ho'oponopono, das Reinigen der ganzen Glaubenssätze, dieser unterbewussten Programmierungen, die in mir sind, die ich vielleicht nicht sehe und die trotz allem von meinen Vorfahren, so wie ich erzogen worden bin, von dem System, was ich in mir trage, dass ich sie immer wieder reinige. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke mir gegenüber, dieser wertvollen Seele, die in diesem Körper wohnt, gegenüber, wertschätzend umgehen und Verzeihung bei mir selber bitten, dafür, dass ich manchmal so schlecht mit mir umgehe, so schlecht über mich oder über die Welt denke oder über meine Mitmenschen denke. Das unterstützt diese Reinigung von Programmen in mir, denen ich gar nicht bewusst bin. Und dann kann ich da hinschauen, was möchte ich denn für Gedanken haben, was hätte ich gerne in meinem Leben. Was sind, wir haben alle Sehnsüchte, wir haben alle Wünsche. Oft vergraben wir sie ganz, 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 da ist ganz, ganz viel Erde drauf, ganz viel Schutt und Asche drauf, weil man denkt, das wird doch eh nichts. Ich muss einfach funktionieren, das ist das System, so ist das Leben. Man guckt links und rechts und alle Menschen leben so, so ist das Leben. So ist das Leben nicht. So ist das Leben nicht. Deswegen sage ich, hör auf an dir zu zweifeln. Fang an, dir zu vertrauen. Fang an, der göttlichen Liebe zu vertrauen, die das Beste für dich möchte. Die möchte, dass du glücklich bist. Die möchte, dass du ein wundervolles Leben hast. Fang an, wie ein kleiner Samen, der in der Erde ist, in Richtung Sonne zu wachsen. Fang an, an dich zu glauben. Ich weiß, dass es schwierig ist, manchmal an sich zu glauben. Dann fang an, an etwas Größeres zu glauben, das an dich glaubt, damit die Sonne auf dich kommt und du anfängst wieder an dich zu glauben und zu wachsen. Wenn wir in Zweifel stecken und uns selber sogar anzweifeln, dann ist es wie ein Schatten im Leben und da kann dich keiner rausholen. Selbst wenn wir irgendwelche Therapien machen, klar, das kann schon helfen, aber wenn wir immer wieder zurückfallen in die gleichen und alten Gedanken und Gefühlen und an das Zweifeln, es kommt kein Prinz und rettet dich. Das ist ein Trauma aus der Kindheit, dass wir das Gefühl haben, da wird jemand kommen und wird mich retten. Wenn du in der Kindheit niemanden hattest, der dich in Anführungsstrichen gerettet hat, vor der Gewalt deiner Eltern, vor dem, was auch immer du da erlebt hast, heißt das nicht, dass es immer noch so ist. Es ist vorbei, es ist vorbei. Du kannst jetzt daran glauben, dass du da bist, um dich selbst zu retten, dass du mit neuen Gedanken, mit einer neuen Energie dein Leben neu erschaffen kannst, dass du dein Leben Hand in Hand mit der göttlichen Liebe neu erschaffen kannst. Hör auf an dir zu zweifeln, du bist wertvoll. Die Seele, die in deinem Körper ist, wurde dir anvertraut. Es wurde diesem Körper anvertraut, dass du in diesem Leben diese Erfahrung machst. Darauf zu vertrauen, dass du nicht alleine bist, dass du Hilfe hast, dass du die Hilfe vielleicht nicht sehen kannst, aber dass du mit ihr sprechen kannst, dass du sie in deinem Herzen fühlen kannst, dass da etwas ist, das dich begleitet. Und dieses Etwas schickt dir über dieses Video diese Nachricht. Schau in die Richtung, wo du hin möchtest und sei dir gewiss, der göttliche Schöpfer, diese göttliche Liebe, weiß, was du gerade durchmachst. Diese göttliche Liebe sieht dich und fühlt dich und weiß ganz genau Bescheid. Also trau dich und wende dich an die göttliche Liebe. Wende dich hin. Wenn du einen Schritt machst, kommt die göttliche Liebe mehrere Schritte zu dir. Wenn du aber nicht fragst und wenn du dich nicht öffnest dafür, dass etwas kommen könnte zu dir, das viel größer ist, das du gar nicht erwarten kannst, eine plötzliche positive Lebenswendung, dann wird es schwierig, dass sie zu dir kommt. Weil wir entscheiden, wo unser Fokus ist. Und es ist nicht wir, dass wir entscheiden, es ist unser Nervensystem, das entscheidet. Wenn unser Nervensystem tagtäglich im gleichen Problem ist, ist es schwierig, positiv zu denken. Deswegen lerne über dein Nervensystem. Folge mir, schau dir die Videos an. Ich erkläre immer wieder, wie unser Nervensystem funktioniert. Dass wenn wir in einer Situation leben, die einfach beschissen ist, dann öffnet unser Nervensystem nur den Raum für dunkle Emotionen und dunkle Gedanken. Es ist schwierig, positiv zu denken. Deshalb ist es so wichtig, mit unserem Körper zu arbeiten, unserem Körper Sicherheit zu vermitteln. Dann haben wir die Energie und die Kraft für Gebete. Dann haben wir die Energie und die Kraft zu vertrauen und Hoffnung und positive Zuversicht zu haben. Die Zuversicht haben wir nicht, wenn unser Nervensystem in einem Stresszustand ist. Also was kannst du dir heute Gutes tun für deinen Körper? Dass er das Gefühl hat, okay, heute ist alles gut. Nicht heute, sagen wir mal, für fünf Minuten, für drei Minuten. Wir müssen es nicht gleich übertreiben und 24 Stunden. Wenn dein Körper die letzten Jahre nur in einem Stresszustand war, nur in einem Zustand von, ist es alles scheiße. Wie kannst du deinem Körper jetzt Schritt für Schritt beibringen, dass er sicher ist? Magst du heiße Schokolade trinken? Magst du aus dem Fenster schauen und die Vögel beobachten? Magst du einen Waldspaziergang machen? Magst du dich in einen Fluss setzen und das Wasser beobachten? Was kann dir heute gut tun?